Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut, gut in den Tag gestartet. Wir traden momentan bei ungefähr 23.200 US-Dollar. Die FED hat die Zinsen erhöht, 75 Basispunkte war erwartet und so wurden sie auch im Endeffekt erhöht. Danach gab es noch eine kleine Rede, wo dann schon wieder gesagt wurde, okay, es wird jetzt sehr darauf ankommen, wie die Erzeugerpreise sind, wie wir uns dann auch nach den neuen Zinserhöhungen dann richten. Also an sich, die Rede danach war eigentlich interessanter als wirklich hier dieser Pump. Aber gut, Punkt 20 Uhr gab es an diesem Pump eben, wir sind kurzzeitig bis auf 22.500 US-Dollar gestiegen und sind dann jetzt über die Nacht sogar kurzzeitig mal auf 23.500 US-Dollar gestiegen. Ist es wirklich nachhaltig? Das schauen wir uns im heutigen Video an. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke und heute Abend, Reminder, 19 Uhr, gibt es wieder einen fetten Livestream. Dreiviertelstunde, halbe Stunde, je nachdem, wie viel Bock wir alle haben. Aber seid auf jeden Fall dabei. So, und jetzt würde ich aber sagen, starten wir durch. Wie gesagt, 23.200 US-Dollar. Wir sind momentan direkt an unserem Monats-Pivot. Hier bei ungefähr 23.200 US-Dollar liegt der Pivot, wo wir uns momentan aufhalten. Der Pump ging los bei 21.600 US-Dollar. Warum sage ich das, wo er losging? Weil wir hier auch, wenn wir jetzt wieder diesen Traders-Reality-Indikator anmachen, sehen, wir haben hier eine fette Vektorkerze mit extrem, extrem hohem Volumen. Und theoretisch kommt der Kurs immer wieder dahin zurück, wo der Pump angefangen hat und es würde auch meines Erachtens sehr, sehr gut in die ganze Marktphase im Endeffekt reinpassen. Also, für mich momentan, wir haben überhitzte RSI. Die Indikatoren sind sowas von dermaßen überhitzt. Wir sind am Monats-Pivot, also dicker, dicker Widerstand. Wir hatten hier oben noch das Golden Pocket von dieser Abwärtsbewegung. Plus, wir haben den Downtrend jetzt erst einmal durchbrochen, aber noch keinen Retest gesehen. So, ein Retest, wie ihr wisst, muss aber nicht immer unbedingt kommen. Trotzdem glaube ich daran, dass wir nochmal in diese Region hier unten reinkommen, die 21.600 bis 21.800 US-Dollar irgendwo in diese Region so eine Art Fake-Retest machen, indem wir kurz da runter huschen und dann die Rallye nach oben hin fortsetzen. Das ist so momentan das Wahrscheinlichste, was ich kommen sehe. Einfach, um diesen Pump nochmal aufzufüllen, dieses Riesenvolumen. Und dann könnten wir neuen Anlauf nach oben hin starten, weil die Widerstände hier oben mit diesen RSI momentan meines Erachtens einfach viel, viel zu hoch ist. Wir haben überall fast eine Bearish Divergence ausgebildet. Und hier unten dieser Bereich wäre einfach zu verlockend, einfach nochmal hier runter zu kommen. Nochmal so ein kleines Inverse Head & Shoulders so in Anlehnung zu bekommen. Ja, aber wir sollten dann nicht mehr unter das Golden Pocket fallen. Das wäre auf jeden Fall nicht gut. Sollten wir hier nochmal unter das Golden Pocket fallen, dann ist es wirklich empty. Dann werde ich wahrscheinlich hier auch mal eine Long-Position dann zumachen und in Richtung 18.500 US-Dollar spekulieren. Aber wie gesagt, das dauert erst noch ein bisschen. Wir sind momentan bullish. Trotzdem erwarte ich erstmal noch so eine kleine Korrektur nach unten, einfach um diesen Pump wieder aufzufüllen, um neues Volumen wiederum in den Markt zu kriegen und dann mit deutlich, deutlich besserem Schwung nochmal nach oben hin durchzubrechen und dann vielleicht wirklich die 27.000 US-Dollar in Angriff zu nehmen. Auf jeden Fall, ich habe glaube ich mittlerweile 30 oder 40 Prozent aus der Long-Position von da unten rausgenommen. Also herzlichen Glückwunsch auch an alle, die das mitgenommen haben. Müssten ordentlich Profite mittlerweile sein. Ich bin ja bei 21.100 US-Dollar circa rein. waren 11,48 Prozent mit einem Dreierhebel, waren es jetzt auch 33 Prozent im Endeffekt, wo man da machen konnte. Also ihr seht, auch mit geringem Hebel kann man ordentlich Gains machen. Es muss nicht immer dieser 10x, 15x oder 100x sein, sondern es reichen auch kleine Hebel. So, ja, das ist jetzt erstmal der Ausblick, sag ich mal, den wir bis heute oder so im Laufe des heutigen Tages vielleicht morgen erwarten könnten. Ist eigentlich das sichere, wahrscheinliche Szenario einfach. Hat den Hintergrund, wie gesagt, wir hatten hier krasses, krasses Kaufvolumen. Hier sind so viele Positionen reingekommen. Die Frage ist, wollen die Market Maker wirklich, dass die Leute die Position jetzt bis 27k offen lassen oder sehen wir wirklich dieses kleine Reversal und dann mit neuen Schwungen vielleicht übers Wochenende, vielleicht nächste Woche wirklich nochmal die 27k anzugreifen. Zwei Monate ist jetzt keine Fettsitzung. Heute kommen noch die Arbeitslosenmarktdaten. Wenn die auch einigermaßen gut aussehen, könnte das entweder für den nächsten Pump sorgen oder wirklich für diese kleine Korrektur und dann mit Schwung nach oben. Wer noch keine Long-Position aufhatte, würde ich jetzt ganz ehrlich an dieser Stelle auch nicht machen. In so einem überhitzten Bereich mit so viel Widerständen jetzt da oben Finger weg. Dann lieber auf das Reversal warten und dann mit neuen Schwungen, sage ich mal, neue Long-Positionen aufbauen. So, dann schauen wir uns Ethereum an. Altcoins werde ich jetzt heute noch nicht so dramatisch, sage ich jetzt mal, eingehen. Wir können nochmal Solana und Ripple angucken. Aber ansonsten besprechen wir heute Abend eure Altcoin-Wünsche einfach im Livestream, würde ich sagen. Da haben wir einfach viel, viel mehr Zeit und dann kann ich mehr auf eure Wünsche eingehen. So, also ihr seht, wir haben wieder ein höheres Hoch gebildet. Auch hier extrem explosiver Move. Also Ethereum vor allem seit gestern extrem, extrem gepumpt. Also ihr seht hier, 24% hat das Ding innerhalb von nicht mal 24 Stunden gemacht. Wir sind hier auf einem 1-Stunden-Chart übrigens unterwegs. RSI auch hier, Bearish the Virgin, ist absolut übergekauft mittlerweile. Wir haben einen schönen WIG hier nach oben hingebildet. Kann sein, dass wir uns den eventuell noch holen. Wir gehen mal in den 4-Stunden-Chart. Sehen wir auch ganz genau, wo dieser Pump begonnen hat. Persönlich gehe ich hier auch von einem Rücksetzer aus. Vor allem jetzt nicht, dass wir jetzt hier nochmal runtergehen in Richtung 1.300 oder 1.200 US-Dollar. Ist alles noch möglich, möchte ich nicht ausschließen. Aber für mich momentan eher interessant, dieser Bereich um 1.520 wegen dem 4-Stunden-Email-Ribbons beziehungsweise 1.480. Also diese Region werde ich sehr, sehr genau im Auge behalten. Einfach aufgrund dessen, wir machen mal ganz kurz das FIP-Level weg und ziehen uns einfach mal das neue FIP-Level von gestern bis heute. Und dann seht ihr auch, hier unten liegt einerseits das neue Golden Pocket. Hier hat die Bewegung stattgefunden. Und hier ist auch ehemaliger Support. Wenn ihr jetzt hier drüben guckt, hier hatten wir eine Menge, Menge Support, wo wir nicht runtergekommen sind. Immer wieder sind wir drunter gefallen und erstmal kurz Widerstand und jetzt der nächste Pump nach oben. Also die Zone ist für mich ein potenzieller neuer Long-Einstieg, den ich dann vornehmen werde. Aber dafür warten wir jetzt erstmal ab. Also ich lege keine Limit-Orders, ich warte jetzt wirklich erstmal ab, ob der Kurs wirklich hier runterkommt, wie es nach oben hin weitergeht. Denn wir haben jetzt oben erst einmal noch diese Widerstandszone, wo wir jetzt schon mehrmals rejected worden sind. Zwar immer wieder mit höheren Hochs, aber wir haben auch weiterhin eine Bearish Divergence vorliegen. Deswegen für mich eher so auch nochmal dieser kleine Rücksetzer nach unten hin. Vielleicht in das Golden Pocket, also 1.510 bis maximal 1.460. Das ist so die Region, wo ich dann meine Orders reinlegen würde. Und dann möchte ich aber so einen Move sehen und dann wirklich nochmal einen explosiven Move in die 2K-Region sehen. Gut, dann schauen wir uns noch an. Ripple, auch hier deutliche Reaktionen gesehen. Was, warum der jetzt hier meinen Chart im Endeffekt nicht übernimmt, verstehe ich jetzt auch nicht. Was aber hier noch interessant wäre. Und zwar haben wir hier im Endeffekt perfekt den Downtrend durchbrochen. Ich weiß nicht, am Handy habe ich es eingezeichnet, hier irgendwie nicht. Das machen wir mal ganz kurz weg. Wir haben hier perfekt diesen ehemaligen Downtrend, den wir hatten, wo immer wieder Widerstände waren. Haben wir ein schönes Breakout gesehen. Retest und danach jetzt diesen Move von gestern. Auch hier wäre es wirklich nochmal sinnvoll. Gehen wir nochmal in Richtung 200er SMA. Hier hat die Bewegung stattgefunden. Die 4 Stunden E-Mail Ribbons liegen hier. Wäre eine relativ safe Bewegung meines Erachtens nach. Plus hier unten liegt auch noch das Golden Pocket, wo auch noch eine Möglichkeit wäre. Also das wären so die Bewegungen, die ich mir jetzt im Laufe des Tages oder Morgens oder über das Wochenende auf jeden Fall erhoffen würde. Noch mal so ein kleines Reversal, um die ganzen Pumps zu füllen und dann mit wirklich neuen Schwungen nach oben hin wirklich durchzubrechen. So, dann Solana habe ich ja auch noch einen Trade offen. Wo haben wir denn Solana? Gab es ja gestern auch wieder Diskussionen in der Gruppe. Aber gut, ich bin auch kein Solana-Ferner. Ich habe nur einen wegen Alex gekauft. Aber gut, technisch gesehen, Golden Pocket durchbrochen. Daraufhin bis zum 0786er und im Pivot. Hier extrem, extrem krasser Support auf jeden Fall hier. Daraufhin der Bounce nach oben hin. Haben jetzt auch wieder unsere Trendlinien jeweils nach oben durchbrochen. Downtrend durchbrochen, Abtrend wieder als Bestätigung gesehen. Aber auch hier würde ich mir nochmal ein kleines Reversal wünschen. 200er SMA liegt genau im Golden Pocket. Nochmal so eine kleine Bestätigung. Und dann wirklich neuer Wind nach oben. Wäre so die Wunschvorstellung momentan. Wie gesagt, jetzt noch in irgendwelche Long-Positionen reinzuspringen, würde ich euch ehrlich gesagt nicht raten. Dafür ist das Risiko einfach zu hoch, dass hier irgendwas schief geht. Oder dass wir wirklich dieses Reversal kriegen. Ansonsten alle, die Long-Positionen noch offen haben, Stop-Loss-Entry, nehmen Profite und genießt die Profite. So, News. Gucken wir uns auch noch an. Gibt es aber, glaube ich, keine. Gibt es keine momentan. Wenn es irgendwas gibt, werde ich euch natürlich auf den Laufenden halten. Ich würde sagen, wir hören uns dann heute Abend um 19 Uhr. Livestream. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto. Und like das Video und abonniert den Kanal.